Chiasamen sind mittlerweile sogar beim Discounter erhältlich. Woher kommen diese Samen? Wozu kann man sie benutzen und wie bereitet man sie zu? Welche Effekte haben sie auf die Gesundheit und welche Rezeptideen gibt es? Probiere es aus und informiere dich in diesem Artikel. Schon die Azteken im heutigen Mexiko, Guatemala und Belize haben es gewusst, in den Samen der Chia-Pflanze steckt viel Gutes. Als die Azteken ihr großes Reich beherrschten, gehörten die Samen der Chia-Pflanze zu ihren Grundnahrungsmitteln. Die Samen gehören zu einer eher unscheinbaren Pflanze aus der Gattung der Salbei-Pflanzen. Ursprünglich kommt die Pflanze aus Mexiko, woher auch ihr Name stammt. Aber heutzutage wird sie wegen der großen Nachfrage auch in einigen Ländern Mittelamerikas, Südamerikas und auch in Australien angebaut. Die Samen sind so wertvoll, weil sie überdurchschnittlich reich an Omega-3-Fettsäuren, Antioxidantien, Proteinen, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen sind. Chia-Samen haben einen hohen Nährwert und sind reich an sekundären Pflanzenstoffen. Daher werden sie auch zu den sogenannten Superfoods gezählt. 100 Gramm der Samen enthalten, 21 Gramm Eiweiß, 38 Gramm Kohlenhydrate, davon 0 Gramm Zucker und 31 Gramm Fett, davon 24 Gramm mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren kann der Körper nicht selbst herstellen. Sie sind daher essentiell. Ein Mangel an essentiellen Fettsäuren führt zu diversen Mangelerscheinungen wie Z. B. Hautveränderungen übermäßige Verhornung, Infektionsanfälligkeit, Wachstumsstörungen, Haarausfall und einem Mangel an Blutplättchen. Der Kalziumgehalt der Chia-Samen übertrifft den von Milch um das Fünffache. Außerdem enthalten die Samen 10 Mal mehr Omega-3 als Lachs, 4 Mal mehr Eisen als Spinat, 15 Mal mehr Magnesium als Brokkoli und 4 Mal mehr Ballaststoffe als Leinsamen. Überzeugt? Dann lies weiter, wie du Chia für dich nutzen kannst. Es ist ganz einfach, Chia zuzubereiten und in deinen Alltag einzubauen. Zuerst das Wichtigste, Chia-Samen solltest du immer roh essen. Also niemals erhitzen, da sonst viele der wertvollen Inhaltsstoffe durch die Hitze zerstört werden würden. Außerdem quellen die Samen auf und binden sehr viel Wasser. Hast du also Chia-Samen gegessen, musst du auch dazu viel trinken, um den Samen Flüssigkeit zum Quellen zu geben. Es wird empfohlen, pro Tag ungefähr 15 Gramm Chia-Samen zu essen. Das ist nicht viel, etwa ein bis zwei Esslöffel. Wiege es dir zu Hause einmal ab. Dann kennst du die Menge, die du brauchst. Ein Grundrezept ist das Chia-Gel. Damit hast du immer vorgequollene Samen bereit, um damit Smoothies oder andere Rezepte schnell aufzupeppen. Dazu werden die Samen im Verhältnis 1 zu 6 mit Flüssigkeit verrührt. Zum Beispiel Milcharten oder Wasser. Nach etwa zwei Stunden ist alles zu einer Art Gelmasse aufgequollen und hält sich im Kühlschrank mehrere Tage frisch. Eigentlich hast du damit auch schon deinen ersten Chia-Nachtisch zubereitet. Verwende Milch als Flüssigkeit und Süße mit Honig oder anderen Süßungsmitteln. Würze mit Vanille oder Zimt und schon hast du deinen ersten Chia-Pudding fertig. Auch ganz einfach ist ein Frucht-Dessert oder Frucht-Aufstrich püriere ein Obst deiner Wahl. Zum Beispiel Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren oder herbstliche Pflaumen und füge dann im Verhältnis 1 zu 6 die Chia-Samen hinzu. Nach zwei Stunden Quellzeit hast du einen stichfesten Obst-Pudding, den du dir auch aufs Brot schmieren kannst. Je mehr du mit Chia-Samen experimentierst, desto mehr Ideen bekommst du. Puddings, Marmeladen, Kuchen, als Topping über Salat, Müsli, Suppe, Gemüse, Eintopf, Joghurt oder Dessert gestreut geben sie knackigen Biss und sehen auch noch schön aus. Es gibt sogar Chia-Öl, mit dem du fleißig weiter in der Küche experimentieren kannst. Wie wäre es mit einem mexikanischen Chia-Getränk, was den Asiaten der Bubble Tea isst? Ist den Mexikanern die Chia Fresca ein erfrischendes Getränk, das im Sommer am besten schmeckt? Dazu gibst du einfach zwei Teelöffel Chia-Samen mit 300 Milliliter eiskaltem Wasser in ein Glas und schmeckst das Ganze mit Limettensaft und einem Süßungsmittel ab. Ein paar Eiswürfel dazu und fertig ist dein neues Sommergetränk. Es schmeckt nicht nur frisch, sondern sieht auch toll aus. Achtung, das Getränk solltest du relativ zügig nach der Zubereitung auch servieren. Sonst fangen die Samen an zu quellen und dein Getränk wird glibberig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017